auch die willkommen zum neuen fahr des play the legend of the world ich hoffe ich freue mich drauf auf eine brandneuen folge und das geht los ich freue mich sehr darauf erst mal trinken denn so also geht gut an alle so genau fokussieren und es geht los genau so wie wir haben sehr lange nicht wie ich mehr schon aber gut brauchen wir nicht mehr auf der wahl gebracht aber gut so muss sein aber das machen wir wie gesagt nicht folge wir und ja jetzt essen wir kommen zum ein paar heute morgen haben wir schon 20 abonnente knackt herzlichen lang herzlichen dank dafür und es wird bald auch ein ja ein schönes aber eine nachtung kostet eine robine ja mache ich werde auch die fülle auf also da am spiel bei mir haben wir es etwas früher so eine stunde und zwanzig nach früher ja gut lustig ja es genau vielen tage okay jetzt geht auch erst mal zu kündigen ja ja genau für diese kündig war wird die denn daheim bekommen haben let's go wo willst du scheffeln scheffeln ja gut okay die oben dass sie doch so in schlachten machen lässt frage mich wirklich was sie nicht dabei denkt ja dann gehe ich mir nach oben oder so oben nicht oben geht alles gut oder ist oben vielleicht ja hier ist er sorry du hast also oben auf mir gewartet sorry wo sie nötig also na gut ich habe mich schon erwartet hey du brauchst es nicht sagen als königin da grodo spirit macht die von unseren heiligen erbe ausströmt wie du sehen kannst bin ich noch jung mal unterhand vererren mich aber sie lieben mich wie man ein kind liebt ich sehe den tag darauf herbei an dem ich mir ihren respekt als anführerin verdient habe als das heilige erbe gestohlen wurde war das lustig macht den ich mir vorstellen konnte ja ja 15 jetzt halt gut was groß macht ja gut doch dann kamst du zu uns und das große oberste muss da erstrittet gelackt haben nun gut bitte gib mir den helm ja den gebe ich dir bitteschön wie sieht aus weiß ich gar nicht aber du siehst gut aus steht auf jeden Fall sehr gut und es war ganz gut zu und genießen die sequenz wir haben so viel spaß bei der ersten sequenz let's go now achte leute ist die ist echt sehr sehr erschreckend nicht wundern es wird gleich sehr grusel sein aber gut am ende ja das kommt komm ruft man dich schon bist du da du bist nicht umsonst ihr leibwächter tut mir leid dass ich dich hier antanzen lasse sie hat den ganzen tag pausenlos gearbeitet kein wunder dass sie todmüde ist und wie läuft es kommst du einigermaßen mit ihr aus ich verstehe aber sei ja bitte nicht böse sie hat's nicht leicht jedes mal wenn sie das schwert auf deinem rücken sieht zerreißt es ihr das herz die missratene tochter von hyrule nennt sie sich keine sorge es ist natürlich nicht deine schuld danke dieser große druck so lange verfolgt er sie schon um die kraft des siegels zu erlangen war sie von klein auf zu spirituellen übungen verpflichtet einmal saß sie so lange in einer kalten quelle dass sie krank wurde ein hohes fieber aber trotzdem blieb ihr die siegelkraft verwehrt um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen fing sie an die titan zu erforschen sie ist ein gutes mädchen und deshalb müssen wir ihr helfen besonders du es ist frisch geworden ich fürchte ich muss sie weg das meine leute ist das meine er wach war so schlimm schreckend was hast du denn hier war ich nicht ach es ist wohl ein geiles sie einfach nur ich liebe sie ich liebe sie einfach nur sie ist so gut ey ach die herrlich ey die ist super herrlich was ist bist du überwältigt sag schon steht es mir äh es steht dir richtig geil wirklich ja kein fake kein joke während du nach dem heiligen erbe gesucht hast hat sich weiner burs an einer anderen stelle bewegt bald ist vielleicht schon unsere stadt in gefahr als kündig als wurde muss ich ihn um jeden preis aufhalten fühlst du mir dabei zu sein stehen natürlich helfen sie dabei hihihi ist schon seltsam der kampf steht uns noch bevor aber durch dieses eine wort habe ich keine angst mehr ich gehe schon einmal vor betreffe uns auf den ausguck im südosten der stadt wir können uns am buch nur auf der sandrobbe nähern der ausguck ist zwar nicht weit von der aber so übung könntest du mit einer sandrobbe dorthin kommen ich werde dort mit meiner geliebten hofrobbe praktisch hier auf dich warten wow das klingt sehr gut aber es ist schon etwas groß ja schafft man trotzdem alles gut ach das war eine gute zähne das hat mir spaß gemacht und ich hoffe auch ihr habt spaß gehabt das ist echt ein geil spiel juhu wir haben spaß juhu 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 okay mach mal im morgert ich fühle mich ganz kurz ganz kurz immer mal was rum kein versteckt mit euch gehen dass ihr bescheid wisst nicht wundern ja genau nicht wundern eben nicht eben dieses passwort die eben herausfinden oder ich weiß doch oder aber ich bin nicht normal hier abguckt guckt oder so guck mal eben ich habe oder hier sind zehn aber nicht mehr aber egal das war am 2 29 janu wie lange ist das herr wieder aber sehr gut zeigt ein guter moment mal wieder von halbes jahr das spiel spielt abgott ich weiß noch genau wie es war und am ende das let's play anstatt gehen ich sehr schön hier damit mit euch aber gehen ich sehr schön da also lollis kann ich euch nur im herzen leben und erweben ist sehr schön da und deswegen ich gehe auch noch mal wenn das hier wäre wird fast es wird nicht mehr so lange her es wird so 34 parts denke ich noch ein bisschen wird sein noch bevor wir veranstalt gehen aber danach wird echt schon wenn sein dass es play aber gut so was soll es wir haben spaß wie ist das wort ggc okay gut gc raub okay raub und gegen zauberer ob sorry da muss ich nur noch das doof passwort wissen die tür wissen die tür muss ich jetzt irgendwo hier finden wir nicht sorry gab da sind doch dann gesagt oder ggc raub ja hier stimmt ja hier ist es alter verwalter passwort ja gg und dann noch mal gleich und dann ziehen dann raupe genau so ist es in ordnung ich bin ja ein wieso da gefunden ja ein geheimniskeller gefunden ja sehr gut hallo ich habe hier noch nie gesehen ein neuer gast macht hier seine aufwertung wenn ich nicht so viele fragen stellt 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 ich auch keine ist ja jetzt mit mitglied hier also möchte ich euch für eure besucht danken ja sehr gerne geheimnis kämmerei ihr schafft wow aber es teile ich hier ist ein teurer sind müssen wir teuer hier müssen vorher auch so lachen jetzt du hast noch ein würst den stern schoss ja ganz gut kann man sagen doch sehr schön an ich ja nicht schlecht dass er ist ganz besonderes man braucht leuchten um es herzustellen wenn euch daran nach verlangen verlangt fertig ich euch alles an wenn ihr mir die müde liegen mit ihr alle sucht ja danke ist nur leid teuer was soll es war es gut deshalb also guter laden ja kann man sagen doch hier die joycon ich hab nix gemacht die ist nix ne ich heiße steuerung ne ich heiße diese scheiß backsteuerung ey na gut die ist halt kaputt aber ich bin noch mal so traurig mann 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 das nervt ok und jetzt verbinden wir das mit einer robben ähm abholung genau wie gesagt jetzt haben wir gerade erstmal dieses geheim versteckchen gefunden das freut mich auch sehr lol ist genau so ich weiß einfach sehr toll hier wirklich tatsächlich ok aber jetzt wollen wir erstmal unsere sachen die ich machen möchte ja genau so ist es ich glaube hier gibt es überhaupt mit links gehen oder ich habe es tatsächlich vergessen sorry leute ist aber gut so ja so ist es hier oder hier irgendwo doch nicht ja ich will sie gerade nicht ja ich weiß na gut dann mal so ich bin einfach es finde das bitte diese oben manche reise ja hier oder ja das ist ja ist auch gemeint aber auch echt gemeint was soll es ja ja ich hab's gefunden jetzt okay ein bisschen mal oben oben nach oben schauen kann man was kaufen bei dir danke die kostet 20 und schuld dann kaufe ich gerne mal erst mal ein schild ich habe oder ja da ans schild kann man nicht kauf oder ja egal obwohl ich ich habe nichts schild kaufen gesehen aber das angeboten ein gut na gut egal die müde auch hier dann die frau da jetzt wird noch einmal spannend das display wird echt noch sparen des lollis und gleich ja gleich wäre auf jeden fall die story draußen befinden abschließend ja auch gleich schütteln wir das alles ja was draußen zu tun und dann gewinnt dann sind hängen ja ein genau so ist weil hier oben ist nämlich die frau die auch gerade doch hier war die regio ja und jetzt werden wir was bautastisches machen jetzt mal was ganz komisch machen aber das macht auch viel spaß und das ist sehr schwer aber wir schaffen das schon erwähnt siehst du ihn bei der boris ist direkt von den augen ja aber um ist um diesen stürmen zu ernähren warum wird dann dort oben sagen rom für so bereits ja hier das gut ja ich habe eine bombenpfeier habe ich auch aber passt auf die blitze wie er verschießt den tödlich selbst wenn die ich nur eier von trifft kann das dein ernst sein es kann sein aber es ist vielleicht nicht der zahlerhelm wird dir vor den blitzen geschüssen aber seine reichweite ist begrenzt okay gut aber die reichweite ist begrenzt wenn du dich so weit von mir fernst bist du den blitzen schutzlos ausgesetzt vergiss das bloß nicht was soll's wenn du verletzt wirst dann geherst du diesen auszug zurück versprechen mir dass keine alle alleingänge ich habe hier ein paar bombenpfeile wir sind nicht viele aber du kannst die gerne haben doch das sind viele von wegen das nicht viele sind sehr viele das ist ein übersetzungsfehler was soll's 20 aber zuerst müssen wir mit hilfe von robin näher an ihn herankommen ich übernehme dabei die führung ja ja ich weiß bescheid ich werde ich alles feiermal durchlesen ich warte das ich warte hier schon alles gut okay natürlich natürlich wir fangen an stell dich besser ein wenig weiter von mir weg ja machen wir ich bin geil ich bin sehr geil das ist schwer aber ich hab mir schon irgendwie mein name ist richu die rechtmächtige trofe rin der gerudo die seite ist gekommen die kraft unseres heiligen erbes zu nutzen und wann der boris ist ein stück scheiße und ja um den boris zu besänftigen werden wir sie besiegen um mit der gerudo beeinflusst mit euren dörren heilen mein ruf alter wie ganz das ney das ist also die kraft der heiligen erbes ich bin erfüllt von seiner macht los geht's so ist es los obwohl bitte beschützer link und mich ja das ist also ist ja aber ich kenne das schon leute also die wundern ich kenne schon und die musik so geht gar nicht geil also die muss ich immer loben leute die muck ist echt geil jetzt viel spaß mit der muck oder mit mir euer mario paliziner fan abflog fan dem k let's go wir haben spaß mit dieser runde hier let's go genau ich hab spaß ich hab spaß und hier auch ihr und auch ihr habt spaß let's go so jetzt bin ich sparen was ich machen muss jetzt so für sachen ja auch sorry aufpassen wo sind ja eigentlich achten müssen ich kommen doch den müssen ich komme gut ja da ist ja da ist ja da ist ja doof man hey da hinten die ja schon da hinten naja oder nee alles gut wie dann für die nachfrage vielen dank für nachfrage vielen dank wo ist denn er habe ich doch noch gerade gesehen oder habe ich mich vertan ich weiß nicht ich kann mich auch vertan haben aber ich glaube nicht dass es vertan war was ist los ja mach schnell du trottel ey man ja was ist denn los meine gott ey was tust du von mir du nein natürlich nicht deine augen zu nö link ja was ist denn mal dann mach mal schneller ja danke ey ja link 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 auf ich bin nicht link bin ich bin ich bin weiß ich nicht was ich bin mario t link hier lang ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß also sehr interessant auf dem fall ja euro ja 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 der kommt das ja ich bin bei der als gut ich bin über dir ach das war knapp nein man geht rein danke ja natürlich mache ich alles gut ja es halt schwer sorry ja ist doch mal gut 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 ist das schwer mann das war krank gemein ich bin nicht gestorben ich bin glücklich danke ich hasse euch einfach nur nah ich hasse die switch die ist so scheiße manchmal will ich gemacht einfach dass man mit den dopen ständen als nervt so arschig heiße ich hasse euch jetzt bleibt ja dran man will ich scheiß plastik was soll ich jetzt los jetzt los das ist ja das bereich das reicht schon kommt das geht aber machen würde ich ja um was mit der der raum des punkts aber ist doch nicht geht doch nicht okay aber nicht aber jetzt nur wenn der angreif dann muss ich nicht verstecken okay trotzdem gemein an gott mit dir okay drei mit dir oh mein gott erwarten ich bin so ein bisschen irgendwie schlecht gerade weil ich irgendwie vergrößt hat wird immer geht aber gut okay man muss selber können man jetzt fokussiert danke fokussiert einfach nur war zum geier und nähten die wahl oder auch man das ist so bitter jetzt eigentlich gerade wirklich Ehhhhhh Ach, ich kann kraten, ey, wirklich Boah, wo ist denn die Scheiß jetzt, ey? Mein Gott, ey. Natürlich, ne? So. Juhu. Juhu, 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 juhu. Oh mein Gott, ey. Ich fahr das Fleisch gerade, ey. Und, 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 und springen. Wasser? So, Lappi, jetzt ja, bitte Robben und Lappi, ja, Ruhe, danke schön. Oh man, das war so archt. Das war nicht sehr gut, ich war sehr schlecht. Na ja, gut, versuch es, die wir nochmal sind, sonst wohl, cutten. Na gut. Ich rübe mal, okay. Oh man. 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 Dankeschön und diesmal kein Pferd, Dankeschön, ich bin bereit, diesmal bin ich bereit. Oh, Mann. Ja, es ist gut, ich weiß schon, was so abgeht, aber du warst es noch nicht. Ja, es ist doch gut, man, ich verstehe nicht, warum man es nicht vorspulen kann, ey, so lame, ey. Boah, mach doch einfach jetzt viel Gewinn, Mann, ey. So, danke, endlich mal, ey, mein Gott, ey. Ja, ich weiß, so. Aber wenn es so scheiße ist, dann... Ich muss ein bisschen besser hier sein, Dankeschön. Ja, was denn los, ey, ich mach doch was... Was sie wollen, ey, oder was, was du willst. Jawohl, dann, ich bin aber die, du Arschloch, ey. Nicht daher, ich bin auch hinterher, ich bin auch genau vor dir, was soll das denn, ey. Ah, näher ran, okay, gut. Ich bin schon noch näher dran, ja. So eine doofe Übersetzung für, ja, einfach nur, ne. Na ja, gut. Oh, nein. Sorry, aber gut. Bereit, alles gut ist bereit. So, wo ist der Mwana-Baus? Dem will ich jetzt besiegen, dem du von, ey. Der, wo bist du denn, du scheiß, Wann-Boris? Komm her, gut. Nein, danke. Ich kenne das. Der ist halt schwer, meine Fresse, ey, wenn du immer so dumm rumfüchst, ey, du dreckst. Wenn du immer so dumm rumfüchst, sorry, ey. Komm, mach schneller, Mann, ey. Mann, 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 ey. Ja, so geht's, so geht's, genau. Jetzt aber. War's vom Geier. Also, das sehen die einen, das war gemein. Ich würde sagen, das war's dann. Das mache ich ohne euch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und ja, einen besiege ich auch noch schon mal ohne euch. Bis zum nächsten Mal und ciao. War echt kacke. War echt kacke. War echt kacke. War echt kacke.